Hallo, wir sind Klara und Felix und wir zeigen Ihnen heute, wie Sie ganz einfach bei unserem digitalen Tasting mitmachen können. Sie können exklusiv als Gruppe einen Termin buchen oder auch als Gast an einem öffentlichen Tasting teilnehmen. Sobald Sie in unserem Online-Shop Ihr Ticket gekauft oder per Mail Ihre Gruppe angemeldet haben, stellt unser Shop-Team Ihr Tasting-Paket für den Versand zusammen. Ihre Schokolade wird jetzt ganz bequem zu Ihnen nach Hause geliefert und dann heißt es nur noch Disziplin zeigen und noch nicht vor dem Tasting losnaschen. Ein Tag vor dem Tasting bekommen Sie per Mail den Link zum Videoportal zugesendet. Jetzt müssen Sie nur noch rechtzeitig zum Veranstaltungsbeginn draufklicken und Sie sind dabei. Im Videocall reden wir gemeinsam über die Herstellung der Schokolade und auch die Qualität unserer Schokolade, um dann danach selbstverständlich unser Stück zu Hause auch einmal zu verkosten. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie hat es Ihnen geschmeckt? Mich erinnert das so ein bisschen an Honig, glaube ich. Ja, stimmt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Eindrücke mitteilen und aktiv teilnehmen. Denn gemeinsam macht das Probieren im Schokoversum immer am meisten Spaß. Und vielleicht sehen wir uns dann ja demnächst zum gemeinsamen Schokolade probieren. Digital versteht sich. Oder vielleicht auch ganz bald persönlich hier im Schokoversum. In jedem Fall, wir würden uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020